denn wir haben keine Energie mehr da ist es leer doch die man schweißen wo es doch viel dann bin ich mir die Götz ich bin der Schaden die ganze Zeit ich dachte ich dachte schon die 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 so zu weit kommt das der hat es gesehen jetzt mit der Säder vom Besparken Oskar gemacht damit ist erstmals sich füllt Prozent ja ich werde noch gehen und das finden auf jeden Fall viel 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 mehr Energie haben ach jetzt die war nicht voll ich konnte an den Kopf zu retten deswegen guck mal in den Messer Ritter ein und dann guck mal rechts oben also schon gesehen der Menschen benutzt ja vorhin zwar nicht vorhin waren es aber vier Euro Glöckens 11 das ist kein Wunder so viel Energie drauf lass mal ich will mal sehen wie schnell das geht und wie schnell die Energie runter geht die Energie wird auch schwer runter gehen die geht kaum runter was die Bad Box auch nicht kaum das die 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 gefordert achten wir sind da unsere Kabel zu langsam vielleicht Prozent Prozent das war so die Trennen das heißt kann aber Gold ist trotzdem auch noch besser als zum Beispiel hier die Brose das Koppel der Koppel oder die übertragen die übertragen Energie ja als das nicht aber okay Prozent bei uns mit dem Ball Prozent er hat kriegt der Pulverweißen Stromnäger er hat noch Strom der Klingel aber nicht mehr viel er kriegt gleich so viel Strom aus der Instruktion dann zeigt mir weil ich brauche er hat auch das ist was auch warum ich in die Bettbots der ich wollte einen Zöl wir gehen müssen das ist der Ort der Natschleister passt ich vollidiot der pulverweise braucht strom st ne will ich nicht dat muss hier zacki zacki gehen ok warte ich kann auch gleich ich will kurz wasser mit den Einmowern hä wo sind die Kabel hin ah die hab ich noch buchst du lang ist er böse so wenig nur noch ja als das mit Prozent in abgabend die Bescheidungsmöglichkeiten jetzt da gibt es alles Koffer zu haben macht er aus Kampel der Marsch ist aus dem Weg für eine Diskrepfer langsam Strom dafür brauche ich mehr Strom als reinkommt das ist noch mal momentan noch so viel können wir noch gar nicht erzeugen wieso nicht ja weil das unglaublich viel braucht wie viele von den Redstone Engines hast du denn jetzt angeschlossen das sind jetzt noch nicht nur die Redstone Engines sondern sind alle Engines Steam auch oder was? alle okay das kann aber nicht sein die Steam Engines haben immer unglaublich viel Energie gegeben äh jetzt es ist äh oh oh was? ja ok ich weiß warum äh da fehlen äh da brauchen wir goldene Kabel die sind dann fast explodiert wir sind zu viel Strom auch die Zellen äh äh wird es größer? äh ex Heiko das explodiert gleich aus dem Brunnen die doch wasser ja die gehen aus wenn ich bin ja gerade beides mit dem Wasser zu machen hä? ach so? oh mein Gott ich weiß warum so ein Wungo warum denn? warte weil das einführen muss ach so ok jetzt jetzt äh genau so jetzt sollte es bisschen besser sein schon oder? ja ja es steigt wer es steigt während ich pulverisiere ja das kann ich auch ja das kann ich auch so erstmal 24 in wahr gemacht ich weiß bloß nicht mehr für was ich das brauche wow ach so doch äh in ducktchen zu mir alter Paddy ich hoffe du hast noch zwei Copper übrig gelassen nein du wisch einen du hast noch einen Copper? ja ich brauche zwei nein noch oder? du hast jetzt alles so schnell gehen wie noch nie also wieder wie ganz möglich ist 1 2 3 4 ups jetzt passt mir auf 1 3 dein Mama 3 4 ah warte ich weiß wo ich noch Kopf vor hab hey hey Gerdine na ja hey Schutzt die Rater schon geschmolzen naja ok ich broach bop액 da ich habeFromTest warte 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 ich mache ich wo dû als alle anders wo sie uns Los, Schöner-Copper! Das geht schneller! Hör mir, sind keine Energie mehr! Was bringt keine Energie mehr? Die Messner-Ritter hat grade nicht mehr Energie mehr gekoppelt, also die 6!